Philipp Öttl hat beim Saisonfinale in Valencia einen Tag zum Vergessen erlebt und als Zuschauer den Sensation-Sieg des Türken Ken Önci verfolgt. Vor seinem letzten Moto3-Rennen sprang die Maschine des 22-Jährigen nicht an. Öttl musste dem Feld aus der Boxengasse auf nasser Strecke hinterherjagen und gab nach 15 Runden auf. Im 18. Lauf des Jahres sorgte Önci bei seinem ersten WM-Start für eine faustdicke Überraschung. Mit 15 Jahren und 115 Tagen kürte sich der Wild-Carrot-Starter zum jüngsten Grand Prix-Sieger der Geschichte, dazu fuhr der Teenager als erster Pilot aus der Türkei auf Platz 1. Weltmeister Jorge Martin, Spanien, wurde Zweiter, John M. C. Pehe, Großbritannien, Dritter. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin im besten Team, danke an alle, sagte Önci. Öttl steigt in Moto2 auf. Für Öttl endete in Spanien ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Anfang Mai hatte der Oberbayer in Präres den ersten Sieg seiner Karriere gefeiert, danach ging nicht mehr viel. Nur zweimal schaffte es der einzige Deutsche in der kleinsten Klasse, seitdem unter die Top-10. im Gesamtklassement belegte er am Ende Platz 16. Immerhin, seit August steht fest, dass Öttl zur neuen Saison in die Moto2 aufsteigt und für das französische Team Tech 3 fahren wird. Moto2, Schrötter nach Schrecksekunde, siebter Marcel Schrötter, 25, belegte im Moto-2-Rennen nach einer Schrecksekunde den siegten Platz. Er konnte auf nasser Strecke in der ersten Runde nur mit Mühe einen Sturz verhindern, als direkt vor ihm der Italiener Luca Marini wegrutschte und zu Fall kam, für Schrötter war es das 15. Top-10 Ergebnis aus 18 Rennen In seiner bislang erfolgreichsten Saison mit dem ersten Podiumsplatz seiner Karriere holte der Oberbayer 147 WM-Punkte und wurde Achter. Beim großen Preis von San Marino hatte Schrötter im September den dritten Platz belegt. Ersatzfahrer Lukas Tulewitsch, der in der kommenden Saison für das deutsche Team Kiefer Racing seine erste komplette Moto2-Saison absolvieren wird, wurde 20. und verpasste erneut die Punkte Ränge. Für den 18-Jährigen, beim Forward-Rennstall für den angeschlagenen Italiener Stefano Manzi im Einsatz, war es der dritte Start in diesem Jahr. Zuvor war Tulewitsch 20. und 23. geworden. Der Portugiese Miguel Oliveira gewann den letzten Lauf vor den beiden Spanien Ica Lekuama und Alex Marquez. Weltmeister Francesco Becneia, Italien, musste sich mit Rang 14 begnügen. Jetzt die Sport1 App herunterladen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017